Oh, das passt ja überhaupt nicht, das Lied, Mensch. Ähm, ähm, was? Was? Oder vielleicht tanzen die Leute dann auch so, so. Okay, zurück zu Männerlords Musik. Die ist eh viel passender dazu. Aber ich musste mal kurz ausrasten. Schön ist es. Schön ist es hier in Bützenburg. Wie schaut es denn hier gerade ganz kurz aus? Wir haben nur für drei Monate Lebensmittel und Brennstoff wird auch knapp. Ich habe mir schon was überlegt. Wir haben ja hier diese wunderschönen, ähm, wir haben diese wunderschönen Dinger hier. Ich würde ganz gerne nach Eichenhau, würde ich ganz gerne Schuhe liefern und würde ganz gerne von Eichenhau, ähm, Brennholz empfangen. Wenn die Waren zwischen Regionen verschoben werden, muss der Tausch, muss der Tauschwert übereinstimmen. Ähm, wenn ihr beispielsweise Eisen für 14 Silber je Einheit gegen Brennholz für 7 Einheiten tauscht, ja. Ich order mal einen Packesel. Ja. Also das ist natürlich ordentlich Brennwert gegen Schuhe, ne, klar. Aber ich würde Eichenhau, ähm, Eichenhau, 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 ja, ähm, würde ich ganz gerne tatsächlich, ähm, mal gucken, wie viel haben wir denn hier für sechs Monate. Ähm, wir sollten auf jeden Fall hier mehr Leute einsetzen in der Brennstoffhütte und wir haben Bauholz genug, das heißt, wir haben auch hier noch einen mehr. Hier wird auch gut ausgebaut. Ich denke, diese Region sollten wir ein bisschen fokussen. Und ich glaube, das System, was wir jetzt hier betreiben mit den verschiedenen Regionen, das ist schon ziemlich geil, weil das bietet dir die wahrhaft gute Möglichkeit, ähm, deine Hauptsiedlung viel geiler zu versorgen mit diesen Transportrouten. Ich bin auch mal gespannt, wann das einsetzt, weil das wird, äh, ist ja auch dann super spannend. Irgendwie müsste der jetzt halt Schuhe bekommen, aber das weiß ich jetzt auch noch nicht, weil wir haben halt wahnsinnig viele Schuhe. Wir könnten uns auch überlegen, ob wir Schuhe handeln. Ähm, wo ist denn das? Hier vielleicht? Schuhe, ja. Route erforderlich, natürlich. Export ab, ähm, 150 vielleicht. Vielleicht, ja, so. Für 8 Exportpreis, das ist ordentlich, solide. Werkzeug könnten wir auch machen. Wir werden aber in Eichenhau, werden wir auf jeden Fall schauen, dass wir an das Eisenvorkommen hier hinten rankommen, weil da brauchen wir auf jeden Fall was. Und das Lehmvorkommen können wir eigentlich auch angraben. Und dann machen wir hier einen schnicken Weg hier lang. So, dann kommen die nämlich hier schon mal rein. Das ist ganz cool. So, einen wunderschönen guten Abend, holla, hallöchen. Herzlich willkommen hier in Eichenhau. Das ist unsere Zweitsiedlung. Ja, die erste Siedlung erstrahlt hier am Horizont. Da würden wir, da muss ich allerdings auch noch ein, zwei Sachen ändern. Wir haben jetzt März. Das heißt, das ist die perfekte Zeit, ähm, um unsere ganzen, ganzen, ganzen Leute hier mal ein bisschen, äh, umzudisponieren. Und zwar, ich würde ganz gerne wissen, wo haben wir hier noch eine Fläche zum Anbauen? Hier oben wäre noch was ein bisschen halbwegs Gutes. Oder hier unten. Das hatte ich eh vor, ne? Hey, danke schön, Karom, für den elften Monat. Danke für den Resub. Sau lieb von dir. So, jetzt pass auf. Wir machen mal hier eine kleine Agrarregion noch draus. So. So. Und dann bauen wir jetzt hier nochmal, ähm, ein Feld auf. So. So, das ist Weizen. Oder Roggen. Aber Roggen können wir nicht, ne? Dann machen wir Weizen, Brache Weizen. Und das erhöhen wir von der Priorität her auf hoch, damit die das schon möglichst schnell zusammenzimmern. Und ansonsten haben wir Gerste nur außerhalb der Region. Hier drüben wäre Gerste ganz gut. Ja, hier drüben ist generell ein viel geileres Agrar. Das ist voll der Agrar. Also, Goldhof ist voll die Agrarecke. Das ist richtig gut. Vor allem aber, weil, äh, hier enorm viel Eisen ist. Eisen brauchen wir für unsere Truppen. Das bedeutet, ihr wisst, was los ist. Wir werden, wir werden angreifen. Meine Lieben. Wir gehst eingepennt. Müsstest du die verbessern? Ja, wir müssten die verbessern. Ich denke, dann wird auch da noch was rauskommen. Aber momentan ist diese Abbaugrube eigentlich ziemlich kaputt. Ähm, wir können sie ja mal abreißen. Und dann ist nämlich die komplett, das komplette Vorkommen weg. Okay, alles klar. Also, das erklärt sich dann von alleine. Ähm, die Lehmgrube hier hat nur noch 81 Lehm. Dann ist die auch gar. Also, wirklich erledigt, sage ich mal. Ähm, das bedeutet alles, was hier läuft. Wir haben hier noch ein bisschen Dachziegeln, glaube ich, die wir verarbeiten. Ja. Unsere Kirche hat schon hier eine Erweiterung. Auch hier sehen wir tatsächlich, das ist halt, ne, wir haben zwei Leute begraben. Und hier sind halt zwei Kreuze im eigenen Friedhof. Dann ist es zumindest so, dass wir hier nicht mehr Massengräber verwalten müssen. Das ist schon mal angenehm. Geil. Gut. Dann. Ähm. Okay, wir müssen mal ganz kurz schauen, dass wir hier alles haben. Die sind alle, glaube ich, soweit aufgerüstet. Ich glaube nicht, dass wir noch irgendwas vergessen haben. Denen fehlt eigentlich nur noch die Taverne. Das bedeutet, was können wir hier drüben eigentlich anbauen? Das ist noch mal so eine Frage, die mich auch umtreibt. Ähm. Wollen wir mal kurz. Nee. Hier ist Weizen nicht so geil. Gerste, Roggen. Hier geht eigentlich im Prinzip gar nichts. Gerüche? Was, Gerüche auch noch, oder was? Feuergefahr? Okay, das ist geil. Das ist okay. Also das ist hier gar keine Agrarregion. Also wenn dann nur so ganz schlecht. Das ist eigentlich echt cool, wenn wir das hier kriegen könnten. Das ist die beste Landwirtschaftsecke überhaupt. Da können wir alles hinhandeln. Ähm. Dankeschön, Schurke mit der Gurke. Schurke unterstrich mit unterstrich. Der unterstrich Gurke liebt den Stream hart. Dankeschön. Vielen lieben Dank. Guten Abend. Na du? Wie geht's dir? Ich hoffe gut im 13. Monat. Dankeschön. Umfrage? Umfrage? Was machen wir denn für eine Umfrage? Warte mal ganz kurz. Jumsimo hat eine Umfrage vorher vorgeschlagen. Na gut. Okay, Jumsimo. Dann sag mal, was wünschst du dir? Was wünschst du dir? Jetzt hat er keine Lust, den Chat zu lesen. Jetzt gib mir doch mal fünf Minuten Zeit, Mensch. Ich muss ja hinterher kommen. Ich bin gerade am sortieren, damit ich meine eigenen Gedanken auch hören kann. Was? Handelsposten brauchen wir hier auch für die Region, um da Vermögen aufzubauen. Ich habe das gestern richtig gesehen. Du musst nicht viel kämpfen, um mein neues Land zu erobern. Nö, tatsächlich nicht. Also ich kann das... Ich weiß nicht, wie es ist, wenn ich das hier nehme. Also ich könnte das von dem Nachbarn, von dem Hildebold... Wenn ich denke ich mal... Also ich denke mal. Das ist jetzt nur so ein reines... Also das werden wir als nächstes holen. Hier drüben. Das Ding wir anspruchen hier. Das könnte ich jetzt einfach mal machen. Beansprucht. Und jetzt tickert hier hoffentlich dann so eine Zeit rum. Wir werden sehen. Ja, aber dann habe ich schon mal ein tieferes... Also ein üppiges Eisenvorkommen. In der Region würde sich Landwirtschaft und Minensachen anbieten, ne? Okay, alles klar. Die Frage, die sich jetzt gestellt hat durch Jumsimo. Werden wir heute eine Schlacht verlieren? Und das ist die Frage, die sich natürlich stellt. Werden wir heute eine Schlacht verlieren? Gute Frage, ne? Also es ist vor allem eine heikle Frage, ne? Und das kann schnell mal passieren. Ja. Ne, warte mal. Eins ist nein. Wir schaffen alles. Zwei ist ja. Unsere. Wir verlieren. Halbe Stunde Einreichungszeit. Let's go. Gut. Das Beanspruchen läuft automatisch gerade. Wir brauchen keine Truppen vor Ort. Ich habe auch keine Truppen eingesetzt. Hier ist nichts drin. Sind hier Banditen irgendwas? Nein. Ich sehe keine Banditenlager. Hier ist ein Banditenlager. Aber ansonsten ist das alles soweit gut. Wir werden Goldhof erobern. Eigentlich jetzt erstmal nur, um es zu sichern. Wir werden auch relativ schnell dort eine kleine Siedlung aufbauen und dann gucken. Bützenberg sieht aber anders aus, ne? Das ist die Vor... Das ist... Bevor Bützenbach gegründet wurde, gab es die Bützenburg. Und die Bützenburg hier ist noch... Ist ein bisschen länger her, bevor sich die Region in Bützenbach umbenannt. Aber der Bützenbach selber ist schon sichtbar, ja? Guck mal. Im Übrigen auch wunderhübsch, ne? Mit den Reflektionen. Schaut euch das mal an. Es ist halt... Es ist halt einfach... Unreal kann halt was, ne? Ich finde das so schön, dass... Dass das... Dass Spiele jetzt einfach so aussehen. Klar, es gibt immer noch das ein oder andere, was dir ins Auge springt. Aber es schaut halt einfach aus. Und es ist einfach... So muss das sein. So will ich auch Spiele sehen. Und ihr werdet bald Augen machen. Ganz bald. Denkt an meine Worte. Demnächst heißt es, der Zwerg hat es vorher gewusst. Ultra-hyped. Ja. Ja, ja. Und noch sauber. Na ja. Später wird Bützenbach da ja das ganze Abwasser reinkippen. Aber bis dahin dauert es noch ein bisschen. So, wir werden... Wir haben hier auf jeden Fall jetzt für acht Monate Brennstoff. Speicher, Lagerhaus, Handelsposten. Hier sind wir daheim. Handeln. Jetzt schauen wir mal gerade. Wir könnten Bretter verhandeln. Aber das haben wir nicht. Mir nix. Wir haben hier ein bisschen Fleisch und so. Das sind so Sachen, die würde ich tatsächlich gerne auch nach Bützenbach rüber liefern. Vielleicht, warte mal, kann man das... Moment, Speicher. Hatten wir nicht da so ein extra so ein Haus gebaut? Brennholzhygeln. Wir haben einen Speicher gebaut. Ja, da wird er auch eingelagert. Jetzt lass mich mal ganz kurz was schauen. Wir haben hier noch keinen Transport-Dings. Doch, hier ist die Parkstation. Nach Bützenburg. Wir senden denen Fleisch und empfangen im Gegenzug. Jetzt die Frage, geht das? Kann ich Regionsvermögen übertragen? Also quasi wirklich einen Verkauf zwischen den Ortschaften machen? Nee, oder? Nee, es ist wirklich nur ein Tauschhandel. Ja gut, dann könnte ich zum Beispiel von denen Leder holen. Ich verkaufe denen Fleisch und hole mir Leder. Der Tauschwert ist relativ okay. Dann machen wir das auch. Und nehmen den hier jetzt erstmal kurz raus. Der muss jetzt nix arbeiten. Ähm, nur Waren. Ja, ist reiner Tauschhandel. Aber das ist so gar nicht schlimm. Weil die hier haben nämlich tatsächlich lebensmitteltechnisch 13 Fleisch und 40 Beeren. Das ist gar nicht schlecht. Weil die haben nämlich eine deutlich längere Überlebensrate als unsere Bützenbacher Nachbarn. Bei denen schaut es nämlich viel schlimmer aus. Die haben nämlich in der Regel nur drei Monate und so. Das ist super blöd. Das ist super wenig. Und da müssen wir auf jeden Fall aufpassen. So, die Brennholzhütte. Die werden wir auch wieder ein bisschen eine zweite anstarten. Die Gerberei passt noch, nehme ich an. Ja, wir haben viel Leder auf Hand. Stall läuft. Färberei ist egal. Das ist nur für den Verkauf. Wir haben nämlich, wie gesagt, auch ein bisschen Geld auf Hand. So, die Sägegrube hier läuft gut. Bauholz ein bisschen schwach auf der Brust. Aber das ist okay. Das Lagerhaus hier kann man lassen. Das Forsthaus macht, was es soll. Und hier werden wir jetzt gleich richtig gut Leute investieren. Da könnten wir aber, wie gesagt, wir haben hier halt nur ein Feld frei. Ich weiß nicht, ob die denn die Nachbarfelder auch noch mit übernehmen. Dass sie sich generell hier in dem Bereich gegenseitig helfen. Das wäre Manpower-technisch natürlich trotzdem cool. Aber ich glaube, das machen sie. Weil hier laufen Leute schon rum. Das heißt, die unterstützen sich. Die zwei. Das wäre vielleicht gar nicht schlecht. Das wäre vielleicht gar nicht schlecht. Wie viele Regionen haben wir erobert? Ja, zwei aktuell und bei Nummer drei sind wir dran. Und danach müssen wir wahrscheinlich für jede Region kämpfen. Gehe ich von aus. Wir haben auf jeden Fall jetzt ordentlich Leute eingestellt. Da kommen jetzt richtig viele aus dem Dorf, die hier auf den Feldern was tun wollen. Und für die Weideleute werden wir auch erstmal hier ein bisschen was in Arbeit bringen. Wir brauchen nämlich Viehbestand. Schafe hätte ich ganz gerne. In unserem kleinen Domizil hier. So. Dann machen wir hier folgendes. Ich hätte gerne... Kaufen oder verkaufen, bis der gewünschte Überschuss erreicht ist. Exportieren, verkaufen. Wir könnten das ja mal machen. Ich hätte gerne vier Schafe. Egal wie, es sollen immer nur vier bleiben. Mal gucken. Wenn es fünf werden, weil sie sich vermehrt haben, dann müsste das ja eigentlich rausgehen. Wobei, das ist vielleicht für den Anfang jetzt noch nicht so geil. Lass uns das mal auf Importieren machen und auf vier. Als Überschussware. Das ist okay. Und dann gucken wir mal, ob das funktioniert. Ob die das dann abholen können oder nicht. Gut. Es ist schon wieder Regner. Es regnet den ganzen Tag. So. Was sagt Eichenau dazu? So. Wie viele Sachen? Nein, wir schaffen alles. Sagen 38% von euch nur. Was soll denn das, Chat? Rafft euch doch mal. Was ist denn nur los bei euch? Warum habt ihr denn kein Vertrauen in unser Heer? Ich bin entsetzt von eurem... Von eurem... Von eurer Feigheit, Chat. Wir werden natürlich die Schlachten gewinnen. Ist ja wohl eh klar. Entsetzt bin ich. Der Regen hört nicht auf. Ja, der Himmel weint. Weil der Chat, der unserer Armee nicht vertraut. Los, meine Zwerge. Wir sind auf Gold gestoßen. Hilbert Zinft ist am geilsten und haut 100 Bits raus. Die Bevölkerung Bürzenburgs ist kriegshungrig. Wir wollen Krieg. Wir wollen Krieg. Ist hier zumindest die Stadt etwas vergrößern. Damit die ein bisschen mehr... Ein bisschen mehr machen. Das sind Vorräte. Und das sind noch mehr Vorräte. Kann ich da trotzdem drüber bauen? Ich würde gerne. Nee, ich denke, die Vorräte machen das Problem hier. Aber gut, dann ist es so. So, dann gehen wir hier trotzdem mit einer Straße raus. Einfach um das hier zu unterbrechen. Hm? So, dann haben wir hier nochmal Platz für Obstbäume und so Zeugs. So. Achso, ja. Das ist natürlich schlecht jetzt. Wir brauchen mehr Leute hier auch. Ist auf jeden Fall gut. Gut, äh, gut gelaufen. Oh Gott, bin ich jetzt gerade erschrocken. Ich dachte jetzt im ersten Moment, holy moly, jetzt werden wir angegriffen. Jetzt können wir den Rest des Streams nur noch Krieg führen. So. Okay, dann haben wir hier ja schon unseren Platz. Dann würde ich sagen, bauen wir das gleich mal an. Wir haben hier, ähm, wir sind hier direkt nah an der Grenze dran. Wir haben hier die Bären. Hier sind, ja gut, wir müssten uns ein bisschen weiter hier rüber bewegen. Aber ich finde das eigentlich gar nicht mal schlecht, wenn wir uns eher so hier in dem Bereich aufhalten. Hier so. Damit wir für den Fall der Fälle schnelle Unterstützung aus Bützenbach holen, äh, aus Bützenburg holen können. Ähm. Ja, wir machen das, wir besiedeln diese Region. Hilbert, dankeschön! Hilbertzenft ist am geilsten und haut 100 Bits raus. Krieg? Hab ich Krieg gehört? Nein, 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 nein. Nur für den Fall der Fälle, ihr wisst, wie es ist. So, der hat eine Straßenanbindung, nehme ich an. So, was haben wir denn jetzt? Wir haben sechs Bauholz, dann lassen wir das erstmal hier anfangen. Jetzt müssen wir uns natürlich erstmal primär eine ganze Weile lang um den Goldhof kümmern. Aber das wird unsere Kornkammer. Hier wird, ähm, nächstes Jahr wahrscheinlich schon überwiegend das Essen für die gesamte Region, äh, produziert werden. Also von hier aus werden wir in die, in die Bützenbacher, ähm, in die Bützenbacher Backstuben, werden wir den ganzen, den ganzen, das ganze Kochen liefern. Ja, das wird wunderschön. Aber bis es soweit ist, müssen wir hier erstmal ein bisschen aufbauen. Wir brauchen Unterstützung. Weil die haben hier nämlich absolut, aber rein gar nichts, ne? Goldhof hat natürlich, wie gesagt, ganz viele Probleme gerade. Das Bützenbrot, genau. Irgendwo da hinten müsste doch Bützenbach liegen, oder? Naja, egal. Schauen wir gleich nochmal. Wir haben genug Zeit heute. Ah, ich wollte eigentlich drinnen, drinnen bleiben. Und so rausschauen, weißt du, so. So, so hier. Ah, jetzt müssen wir, müssen immer noch was bauen. Ja. Dauert noch ein bisschen, bis das hier startet. Wir müssen die Leute schnell hier in, ähm, unterbekommen. So. 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 Fünf Hofstätten wären das. Wir machen das aber heute anders. Wir machen das nicht so wie beim anderen Mal. Wir planen hier schon ein bisschen eine Kleinigkeit. Das geht ja relativ flott hier alles. Wird es noch Erweiterungen für das Spiel geben oder Mods? Jetzt wartet doch erst mal. Das kommt aber überhaupt erst einmal in den Early Access. Und dann warte mal bis zum Release überhaupt, also bis zur Release-Version, was bis dahin alles drin ist. Das schaut jetzt schon unglaublich spielbar aus. Aber wer weiß, was da noch in der Zukunft kommt. Also ich denke, ich denke, da wird noch, das ist jetzt alles erst der Anfang von dem, was noch alles kommt. Und es ist, ihr seht selber, wie es ist. Das schaut schon so geil aus mit dieser, so wie der Weg hier so durchgeschlungen ist. Das ist einfach malerisch, ne? Der Regen, der hier dann so alles so ein bisschen so einfer-, also so Gülden macht. Einfach toll. Würde Multiplayer geil finden. Ja, Multiplayer wäre auch eine Idee, ne? Jeder baut sein Dorf und dann am Schluss wird dann um die Regionen gefochten, ja? Wobei, da finde ich tatsächlich, ich bin mal gespannt, ob diese Kartengröße so bleiben wird oder ob es viel größere Einzelparzellen gibt. Das ist so eine Frage, die ich noch habe, weil wenn du jetzt mal anguckst, Bützenburg ist jetzt nicht besonders groß, nimmt aber schon einen relativ großen Anteil dieses Kartenabschnitts ein. Ja, mal gucken. Ich bin in die Abstimmung mit Max rein. Boah! Nidra, ey, Gerido. Nidra, wollte ich schon sagen. Ey, Gerido. Das ist ja, das ist ja Wahnsinn. Swimteam1982. Ja, genau, Stefan. So muss es sein. Ach. So. Hier arbeitet doch jemand. Wir fangen jetzt mal an, Leute. Wir fangen jetzt hier mal an, meine Lieben. Wir bringen erst mal jetzt was zu essen ran auf den Tisch. Erstmal müssen wir Essbares bekommen auch. Zwei Leute müssen da gleich mal investiert werden. Und hier muss auch noch mal einer rein, damit frisches Zeug nachkommt. Gut, meine Lieben, ich möchte mal ganz kurz an dieser Stelle von euch zwei, drei Informationen abgreifen. Und zwar folgendermaßen. Ja. Wer von euch wünscht sich denn, hier im Holzfällerlager in Goldhof einen neuen Staat gefunden zu haben? Wer würde hier einziehen und als Holzfäller für Goldhof arbeiten? Unter dem Patronat Bützenburgs. Wer würde das? Jumsimo. Ja, gut. Ja, ja, ja. Nehme ich. Nehme ich. Dann haben wir einmal Jumsimo. Dann haben wir als zweites. Jumsimo arbeitet nicht allein, ja, sondern mit I'm already trapped. Nicht ganz, aber so weiß, was mein. Ihr beide arbeitet hier schon mal. Nimm meine Angst. Pass auf, jetzt machen wir mal ganz kurz weiter. Pass auf. Wir machen hier noch das hier. Ja, da sehe ich noch Botenwolf. Botenwolf wird unser Kräuterkundige. Ja, aber auch nicht alleine. Botenwolf kriegt Unterstützung von Fette Katze. Ihr macht, ihr macht das, ähm, ihr macht dem, dem Kräuteren, macht ihr eine völlig neue, also ihr bringt das eine völlig neue Bedeutung rein. Ja, so, aber Fette Katze ist, ähm, ich eher gerne als Bäcker, Jamester Bond, dann musst du später nochmal wiederkommen, also quasi dich nochmal reinbewerben. Ich ziehe nur in Hilbert Hain ein, das macht nix, Hilbert, du wirst hier Jäger. Hilbert, senft. Du wirst Jäger hier in Goldhof, da musst du jetzt rein, ja. Niemals unter Zwerg, dann raus. Dann Florian haben wir noch. Und zwar Rere, du bist auch dabei, als Jäger in Goldhof, pilberte der Jäger. Ich finde das gut. Warum ich nicht? Ja, du musst doch sagen, warum ich nicht? Ich, okay, Luca, Luca war tatsächlich vor allen anderen dran. Es ist mir, es ist mir unaussprechlich. Äh, warte kurz. Luca, ich finde, ich finde für dich noch was. Warte kurz, dich habe ich überlesen, das tut mir leid. Aber, du wirst sehen, du wirst gleich eine, eine Tätigkeit bekommen. Ich, ich werde das sofort, diesen Fehler korrigieren. Und zwar, das Schöne an dieser, an dieser Karte ist, dass das so ein bisschen alles in den Wald reingeht, ne. Wir können hier einfach so ein paar Sachen mitten in den Wald reinbauen, das schaut bestimmt auch geil aus. Hier so zum Beispiel. Ich kriege dann, mitten im Wald, ist dann der Hau-, der Hackplatz von Luca. Los, meine Zwerge, wir sind auf Gold gestoßen. Fände ich irgendwie fein. Hebert. Hebert. Perfekt, als Jäger kann ich Bogenschießen üben und da ich immer gegen das System bin, kann ich im Wald Zwergenpuppen aufstellen und abschießen. In meiner Freizeit natürlich aus Übung, Punkt, Punkt, ich meinte, um mich abzuregen. Bitte? Wieso denn jetzt Zwergenpuppen? Das eskaliert hier gerade komplett irgendwie. Sollte das? So, wir machen hier ein paar Marktstände rein. Direkt an die Gabelung. Trifft sich irgendwie hier ganz cool. Cool. Und jetzt das?